Hallo zusammen, das ist Sibyl vom SELA. Heute vom Rand meines Gartens, neben einer Muscatellersalbei. Die Muscatellersalbei ist eine von rund 900 unterschiedlichen Salbei-Arten. Es ist eine riesengroße Pflanze und sie gehört zur Familie der Lippenblütler, was man hier am vierkantigen Stiel wunderbar erkennen kann. Es ist eine Pflanze, die im ersten Jahr bloß eine Blattrosette bildet. Die Blattrosette hat so leicht herzförmige, runzlige, aber sehr samtige, weiche Blätter. Erst im zweiten Jahr wächst dann quasi ein langer Stiel mit wunderbaren, grossen Lippenblüten dran. Diese Lippenblüten sind sehr speziell und locken ganz besondere Insekten an, unter anderem die relativ seltene, mittlerweile leider seltene, grosse blaue Holzbiene. Die hat nämlich hier schön Platz, um an diesen Lippenblüten quasi draufzusitzen und dann mit ihrem Kopf quasi Richtung Nektar zu gehen. Und dadurch wird dann die Pflanze bestäubt. Daraus bilden sich dann wiederum in jedem dieser Kelche zwei bis je nachdem sogar vier Samen. Die sind so rundlich, etwas abgeflacht, haben vielleicht ein bis maximal zwei Millimeter Durchmesser und sind recht keimfreudig. Ich habe in meinem Garten eine sogenannte Ruderalfläche, das heisst, da hat es relativ viel Kies und da ist die Muscatellersalbei sehr gerne zu Hause. In der Schweiz gibt es von der Muscatellersalbei auch verwilderte Formen, die sind dann etwas kleiner. Aber im Normalfall kann so eine Pflanze, eine blühende Rispe, bis zu einem Meter fünfzig hoch werden. Interessant ist, mit dem Namen, mit dem lateinischen Namen, Salvia Sclarea, weiss man nicht ganz genau, woher er kommt. Man weiss, dass Salvus bedeutet Heil oder Heil werden. Und Sclarea, sagt man, ist der Stab oder der königliche Stab und ist darauf zurückzuführen, dass eben der Stängel der Muscatellersalbei sehr lang ist und recht stabil aufgrund des vierkantigen Durchschnitts. Der Name Salvia Sclarea geht wahrscheinlich ins dritte Jahrhundert zurück. Der deutsche Name, der stammt aus dem 16. Jahrhundert. Und da wurde die Muscatellersalbei vor allem benutzt, indem man die Blüten zusammen, zum Teil auch mit Holunderblüten, gewöhnlichem weissen Wein beigemischt hat und dann den süssen Muscatwein daraus produziert hat. Und daraus ist dann der deutsche Name Muscatellersalbei entstanden. Bei den Kelten war das eine sehr bekannte und sogar heilige Heilpflanze. Und bei den weissen Kräuterfrauen wurde die ganze Pflanze auch sehr gerne genutzt, und zwar zum Rauchen. Die Muscatellersalbei hat nämlich leicht psychoaktive Substanzen mit drin und man munkelt so, dass eben diese Kräuterfrauen häufig Muscatellersalbei geraucht haben, wenn ihre Intuition gefordert war. Das ätherische Öl wird gewonnen aus den blühenden oder bereits verblühten Rispen und aus den Stängeln sowie auch den Blättern. Das Ganze wird Wasserdampf destilliert und es braucht eine relativ hohe Menge an Pflanzenmaterial für einen Liter Öl. Das heisst, wir bewegen uns im Bereich von ca. 120 Kilo Pflanzenmaterial für einen Liter Öl. Das ätherische Öl selber hat eine ganz starke, entspannende und entkrampfende Wirkung. Und diese kommt zustande von den bis zu 74% Ester, ganz konkret Linolylacetat, die im ätherischen Öl des Muscatellersalbeis enthalten sind. Diese krampflösenden Eigenschaften kommen auch Frauen zugute, die Probleme haben mit ihrem Zyklus, vor allem in der ersten Zyklushälfte. Das heisst, wenn nicht genügend Östrogen vorhanden ist. Was ganz spannend ist, neben dem hohen Anteil an Ester und ca. 12% Monoterpenolen, enthält nämlich das Öl der Muscatellersalbei auch bis zu 2% Diterpenole. Das sind eigentlich sehr grosse, sehr schwere Moleküle. Und diese bis zu 2% sogenannte Sklareol, die haben eine, oder das hat eine Östrogen-ähnliche Wirkung. Das bedeutet für uns, wenn immer das Östrogen eventuell etwas knapp ist, sei das bei einer Amenorrhoe, bei einer Dismenorrhoe oder je nachdem auch bei prämenstruellen Beschwerden, kann die Muscatellersalbei vor allem in der ersten Zyklushälfte sehr, sehr hilfreich sein. Und zudem ist die eben auch wirklich top bei Nervosität, weil es eben stark entspannend wirkt, aber auch bei depressiven Verstimmungen und wenn sich Menschen so am Rand von einem Burnout bewegen oder eben sehr stark unruhig sind. Auch dann ist das Öl der Muscatellersalbei hilfreich. Es ist nicht jedermanns Sache, der Geschmack respektive der Duft dieses Öls ist doch recht eigen. Und ich habe jetzt diesen Zweig hier in den Fingern. Ich werde wohl heute Abend relativ lange Zeit brauchen, bis der ganze Duft wieder weg ist von meiner Haut. Das Öl, das riecht nämlich würzig, aber zum Teil auch fast ein bisschen schweissig. Und dafür verantwortlich sind eigentlich die Pheromone, die hier auch enthalten sind. Und deshalb kann das Öl nicht nur bei Frauen ganz toll wirken, sondern auch Männer, die zum Beispiel unter Stress leiden und wo die Libido nicht ganz so toll funktioniert, da kann man sich quasi für beide ein sehr schönes, erotisierendes Massageöl herstellen. Natürlich kombiniert mit anderen Inhaltsstoffen. Übrigens im Zusammenhang mit Entspannung, es gibt eine Studie, die wurde durchgeführt an 31 Frauen, welche unter Harninkontinenz litten. Und zwar konnten diese Frauen während der urologischen Untersuchung an 5%igem Muskatellersalbeiöl riechen. Und interessant war, dass der systolische, also der obere Blutdruckmesswert, massiv abgesunken ist. Das heisst, es hat wirklich eine, wie wir so gerne hören, signifikante Veränderung des systolischen Blutdrucks ergeben. Das durch die bloße Inhalation von 5%igem Muskatellersalbeiöl. Aufgrund der, wie gesagt, östrogenähnlichen Wirkung ist es aber auch wichtig, dass zum Beispiel Frauen, welche Probleme haben mit einer zu starken Menstruation, dieses Öl nicht nutzen. Und ebenso sollte dieses Öl in der Schwangerschaft, wenn überhaupt, nur ganz, ganz gering dosiert eingesetzt werden. Hingegen unter der Geburt kann es aufgrund vom Sklariol, das dann auch eine Auswirkung hat auf die Ausschüttung vom Oxytocin, was dann wiederum verantwortlich ist für eine gute Wehentätigkeit und gleichzeitig eine sehr entspannende Wirkung hat, wunderbar genutzt werden. Ich habe das selber erfahren bei meinen, an oder dazumal, starken Wehen. Die haben plötzlich gestoppt und durch den Einsatz von einer Kombination von Muskatellersalbei, Jasmin und etwas Mandarine sind die Wehen dann wieder zurückgekommen und wurde unser Älteste kurze Zeit danach geboren. Was auch spannend ist, das ätherische Öl ist also nicht nur zyklusabhängig einsetzbar, sondern hat auch eine stabilisierende Wirkung aufs Bindegewebe. Und deshalb eignet sich Muskatellersalbeiöl zum Beispiel auch bei einem Öl zur Unterstützung von Beinen, die zu Celonite neigen, aber auch bei Krampfadern, stärker ausgeprägten Krampfadern, sogenannten Parizen und auch bei Hämorrhoiden lässt sich das Öl wunderbar in Präparate einmischen. Übrigens, es gibt nicht wenig Frauen, die auch im Zusammenhang mit dem Zyklus zu Kopfschmerzen oder Migräne neigen. Und wenn da zum Beispiel Pfefferminze nicht als angenehm empfunden wird, kann zum Beispiel auch ein Rollo mit Muskatellersalbei und eventuell noch einem anderen Lieblingsöl eingesetzt werden. Wichtig ist einfach, dass die Nase das Öl mag und dann hat es eine ganz, ganz tolle Wirkung. Übrigens, nicht nur das Öl kann man nutzen, sondern auch von der Pflanze die frischen, jungen Blätter. Wenn man diese in einem Bierteig tunkt und dann frittiert, dann gibt es eine wohlschmeckende Aperobeigabe. Und wer es gerne mag, der kann auch ein paar Blüten mischen mit einem Glas Prosecco oder etwas Weisswein und hat dann einen besonders aromatisierten Apero. In diesem Sinne Prost und viel Vergnügen mit der Muskatellersalbei. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Like. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020